Hey Freunde, heute sind noch die T2 Raketen von Klasek dran. So sieht die Raketen aus. Es sind sieben Raketen im Set. Preislich haben wir bezahlt 11 Euro. Wir haben eine NEM von sage und schreibe 140 Gramm auf sieben Stück. Kann man hier sehen. Genau. Und ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir gleich mal raus zur Zündung und dann testen wir die T2 Raketen von Klasek. Bis gleich. So, die Klasek T2 Raketen. Wir fangen mal mit den kleinen an. Mal gucken, was die kleinen sind drauf haben. Oh, ganz ok die kleine. so ich glaube die kleine hat hier gar keine Zinschen und doch da gar nicht gesehen weiter mit den großen T2 naja sind okay die letzten zwei so Freunde gekostet hat das Z11 Euro und ich muss sagen naja dafür war es leider nicht wert also Freunde keine Kaufempfehlung dafür macht's gut so 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 so